Leute, ich bin gerade auf der Toilette, aber ich bin maximal verwirrt. Also hier ist für Männer und hier ist für Frauen, das verstehe ich. Aber wisst ihr, was ich gar nicht verstehe? Was ist das hier hinter mir? Was steht da? Frauen- und Männer-Mix-Toilette? Schaut mal, da ist noch was. Das Mädchen hat eine Schleife und der Junge hat eine Krawatte. Ich will das jetzt unbedingt wissen. Wir gucken mal jetzt rein und... Hä? Das ist so mini! Ach so, das ist für Kinder. Ach so!